Ich denke, dass natürlich durch diese phänomenale Hinrunde, die wir gespielt haben, schon Wünsche, Hoffnungen geweckt worden sind, wo es nachher aber nicht mehr darum ging, dass die Mannschaft gewinnen möge oder gewinnen wolle, sondern eigentlich schon gewinnen musste. Wir spielen jetzt gegen einen Gegner mit Hertha BSC, der als Bundesligist natürlich die Favoritenrolle in sich hat, das ist ja ganz klar. Auf der anderen Seite können wir natürlich auch das Sahnehäubchen draufsetzen. Es wäre natürlich fantastisch, wenn wir mit einem guten Ergebnis aus Berlin zurückkehren würden, um dann hier wirklich auch die Entscheidung erst herbeizuführen, was für beide Mannschaften dann gelten würde im Stadion bei uns vor ausverkauftem Haus, denke ich. Das ist ein reiner Zufall, dass Otto Rehagel als Ex-Trainer von Werder Bremen in Berlin auf der Bank sitzt und mit mir ein Ex-Spieler von ihm bei Fortuna Düsseldorf auf der Bank. Die Voraussetzungen hier in Düsseldorf sind großartig, die Stadt ist großartig, der Verein hat sich entwickelt in einer Richtung, Spieler sind sportlich in der Lage, Großes zu leisten, die Vereinsführung ist solide, ist seriös, hier wird erstklassige Arbeit geleistet. Und dazu gehört jetzt auch ein Aufstieg. Das wäre sehr, sehr schön. Das wäre sicherlich auch überraschend, dass es dann gleich so schnell gelingen könnte. Aber natürlich würde ich es Ihnen wünschen.